So mein Junge, jetzt haben wir uns nicht mehr gegessen. Ich sehe keine Chance! Wir geben uns keine Chance mehr. Wir haben uns noch nicht gespielt hier. Schotter ist vorbei. Schotter auf der Gegend. Und er ist am Alperus. Was ist das? Wieso geht der denn noch wieder durch? Ich schiebe doch, mein Freund! Was geht der denn hier zu? Das ist ja mit Durchlaufen. Oh, hallo Ampere! Oh, hau das Ding weg! Alter! Wir sind voll schlackig. So, jetzt kommen wir an Reden! Abseits! Oh, Schirinix! Oh, das sieht ja kommentabel aus. Das ist ja... Also ne, äh... Systematstellung? Audio! Kommentar! Fussi muss ja auch nicht jemals ein Senf dazu gehen. Hehehe! Er plappert nicht schon so. Guuut! Jetzt ran da! Das ist ja immer noch ein Kassenkorb aus dem Moment. Ich fickle eigentlich schlimm. Ja, Hand! Kein Kein Absatz! Ja, Hand! Wieso gehen da so viele mit? Ich weiß nicht, der kann echt gar nichts, weißt du? Aber er will hier ja noch die Runde. Und der war da! Und! Ooooooh! Ooooooh! Das kann doch nicht wahr sein! Wasser ist viel zu nachlässig! Oh nein! Heizzi! Mhh, ne! Niedrig Baller! Ooooooh! Niedrig Baller! Ooooooh! Ooooooh! Der guckt da nur zu! Komm jetzt! Niedrig Baller! Spiel! Oooooooh! Schein, Kleister! Wieso geht er nicht zum Ball hin? Wieso geht er nicht zum Ball hin? Geht er zum Ball hin? Nein! Wieso? Da wollte ich ihn nicht hinhaben. Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Ja! Tor! Da ist das Ding! Das darf nicht wahr sein, oder? Wieder Ekechi! Tor! Tor! Ja! Alter! Kommt das mit dir ein Schleicherfläche? Ich sag dir, die Mitten wären auf die Leiche schuld, ja! Dann bin ich nicht kein Schwein! Der liegt ja auf dem Boden stürmt, Mann! Guck dir das an! Alter! Alter! Wie schlecht! Der ist doch gekauft, der Mann! Alter! Nee, 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 du! Boah, ich bin viel zu viel! Ich könnte nicht viel sein! Man muss keine vier Dinge passieren! Gerade vier! Jetzt mach ich fünf! Oh, nee! Ist vorbei! Oh! Oh! So, erstmal ganz gut hier! Und gleich raub da! Lass dich gar nicht ruhig spielen! Oh! 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 Oh, Oh! Oh, del das ist nicht wahr! Oh! Oh, das ist das nicht wahr! Da ist alles gekauft hier. Alter, das ist Werder. Wasser ist viel zu filigran für deutsche Spielweise. Ja, boll! Was ist da los, Bessi? Bessi ist übergezahlt. Oh! Was haben wir meinen, der noch nicht übergezahlt ist gerade? Oh! Ich dachte, hier ist da ein bisschen schnellerer. Nein! Die machen ja einfach so ein Schüsschen. Hallo! Das kann doch nicht wahr sein! So ein Abbefehl. Oh! Einfach nur eingeschüchtert! Ingeschüchtert! Da ist doch überhaupt nichts mehr los. Ja, guck dir mal die grüne Wand da an. Da wäre ich auch eingeschüchtert. Selbst wenn ich 20 Millionen im Jahr kriege. Wer auch. Das ist doch immer schon so richtig. Fell für's Leben! Ja, die letzte Zeit, irgendwie schwarze Tag oder so. Ich hab's auch V-Bone. Geht dann nur auf den V-Bone. Oh, Lu Kimia! Spiel doch den Biaser rein! Oh! Ey, ey! Hey, wieso kriege ich nicht dem Spieler nicht weg? Oh, dafür gibt es kein V, oder wie? Oh nein! Das kann nicht mehr sein! Oh, das hat Betrug wieder hier, das ist Betrug. Oh, Lauf da! Lauf da! Oh, der Knüppel das Ding jetzt aus! Hol in die Hand! Hol, hol, hol! Die haben keine Chance an zwei Toren! Oh, Mann! Oh, Mann! Das... Das war, ey, klasse! Das war super! Das war gar nichts von das! Das war gar nichts von das! Das war super! Das war elegant! Alter! Oh, Mann! Oh, Mann! Man sah das so, ne? Ich dachte, warum kommt der nicht raus? Oh, Mann! Oh, Mann! Der macht gar nichts da! Der hat den Kapitel auch noch zurück zum Tor! Der beglückwünscht ihn noch zum Tor! Ja! Ja! Bremen natürlich! Oh, Mann! Das ist jetzt wieder L2! Auf die kann man sich verlassen! Ich weiß, was ich sogar nicht mitgekauft habe. Ja, das ist doch... Ja, das ist doch... Daher muss ich sagen, dass er irgendwie hier was eingekauft hat. Nein, gar nicht. Cheats! Der Play! Das bringt sogar schon den Ersatz, Thomas. Nein! Was mach ich da auch noch? Der ist drin! Bestimmt! Oh, Junge! Spiel jemand nach vorne! Nein! Den muss er haben! Gar nichts hier! Der ist noch mit den Turhäfen. Äh, 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 äh! Alter! Der leuchtet irgendwie auch gut! Oh! Bröde ist der... Das Ding aus Koma! Das ist gar nichts! Oh! Ja, gut, äh! Gut gestoppt! Der hat 99 im Sturm! Ja, der Spiel, weißt du, als... Der hat nämlich mal sein Mittagessen verliehen! Komm, Jungs! Spiel doch einmal vernünftig da! Ja! Ja! Komm, das war ein Tor, weil das nicht passiert! Nein, nichts war das! Das war ein... Oh, 0-2 hier! Was hast du von deiner Wunschieber, was? Ja, die schieben doch nicht mal rum, die Jungs da! Du musst einfach mal ein bisschen drauf! Du spielst viel zu passiv! Ja, der Lupfer hätte halt irgendwie sein müssen! Nein! Das war einfach... Überraschend das Gleiche! Weißt du, der soll den Kurzumkraft spielen! Spielt ja genau zum Gegner! Oh nein! Hart, was macht der? Oh! Ich krieg auch grundsätzlich kein Zweik von der Jungs! Nein! Oh! Ich dachte schon bald, guck zu! Ich dachte schon bald, guck zu! Der hätte den Gehäuser eingeschlagen müssen, aber... Ist das Tor nur 3 Meter breit, oder nicht? Das ist nicht klar! Das ist nicht klar, oder? Guck mal da oben, die Tare, bitte! Wie schön! Wie schöner fand ich die grüne Wand dahinter! Also, bewegt dich, Junge! Oh! Oh! Nein! Yo! Voll die Klatschen wieder! Ich gebe auf! Alter! Das nennt man eine Mannschaft! Was nenne ich Brille! Wenn die so in echt spielen würden! Dann... Sie geben auf! Sie geben auf! Ja! Die geben echt auf! Du warst für das Beschlag! Alter! Und dann so schön gesehen! Hand! Die bewegen sich ja auch kein Stück mehr! Will's auch nicht selbst machen! Er gibt ab! Alter, war das so schlecht! So schlecht! Viel schlecht! Er geht auch nicht mehr! Und du hast mir aber schon gelacht, ne? Du lachst das Ding! Er spielt das Ding vor dem Tor zurück, weißt du! Oh! Guck dir den doch an! Dann lauft er weit hier vorbei! Oh! Ich glaub, die sind echt auf! Die sind echt auf! Oh! So bewegt sich keines anderes! Oh! Warum läuft der falsche Spieler? Oh! Warum läuft der falsche Spieler? Und dann... Indioski... Wie geht er jetzt denn? Ja! Oh! Ich meine nicht... Ja, gut! Oh! Ehm! 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 Ne, da fährt er zu kurze Beine, ne? Das ist ja nur 1,9! Ehm! Maximal! Oh! Der hat gesagt, dass er würde einem werden! Oh! 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 draug offenig mittlerweile auch Stundenwissung passen! Ich meine da stand 3-0 frei, da spielt natürlich schon ein paar Bremer an. Oh! 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 Da ist heute einfach zu schlecht drauf. Was ist hier los? Was habt ihr hier umgesteckt? Das ist hier in so einer schlechten Satire-Show. Da geht gar nichts. Gar nichts geht da. Die Leute bewegen sich. Ne, die rein waren müssen. Das ist so mein Traumergebnis. Das ist ein Traumergebnis. Oh, oh, oh. Oh! Ja! Jawoll! Ja! Ja! Ich fühle dich gleich zu prüfen. 4 zu prüfen, wenn man es kämpft. Ja! Oh! Piki, Leuchttreich hätte der Angst, ne? Nur dann! Zack! Ja, ich glaub Piki, dann lassen wir uns doch mal. Ich werd das ganze Timo mal vernehmen. Ja, da kann man so drei Spiele auch gucken. Ich zieh auch echt keine Sorge. Oh! Oh! Komm, der zieht noch einen Schönheitsfeder. Oh! Brüde, da haben drei Köpfe größer. Komm nicht gegen Messi an, oder? Wie ist das hier jetzt? Komm nicht gegen Messi? Wie ist das? Kann man denn ein Schuss hier? Oh! 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 Samplen. Jian, jetzt muss ich was du hast! Oh! Der ist nicht normal ne? Cool, normal wird alles. Das geht gar nichts. Oh, die Sundro zu kurz! Wir springen auf lieber bei den Batt Tampa poi die Band, EvertsNeisc Signal. Es ist ein Fick. Oh mi, fu, ah! Thema Balltech! Alter! Nein! Oh nein! Das Ding dreht doch! Mega! Da schminkt er das Ergebnis noch ein bisschen. Aber er kennt natürlich auch. Das wäre bestimmt auch Rückkoppelung, denen bei der Sound auf dem Band herauskommt. Du hast sogar gesagt... Boah, das kann uns gar nicht anfangen. Ich weiß nicht was denn denn, da habe ich auch noch. Ach, da ist wieder eine neue Flasche. Kannst du sagen, man läuft zu polieren. Ja, die fangen jetzt an, zu richtig so nur anzuspielen. Boah! Oh! Ja, mach das Ding doch kreis! Nein, nein! Nein! Alter, es macht das irgendwie viel zu schwer. Was das sowieso eigentlich ist, musst du gegen mich haben, ne? Ja, du hast keine Scheiße! Muss man nicht... Der D wäre da um! Oh, die Scheiße! Boah! Wahrscheinlich kriegt der Basel nur das Spiel, aber ich gebe keine Scheiße! Ne, das ist doch das letzte Spiel! Die Jungs hab ich jetzt rausgekickt! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich hab so eine 40 Meter Guggenkram vergessen! Ich wollte das nicht mal machen, weil ich hab die Tasten vertauscht und... Ich hab das nicht mal gemacht! 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 Ja! Ja! Nein! Nein! Ich wollte das dann... Oh, genau! Oh, nein! Nein! Oh, Krödel! 4-2 haben wir da raus! Oh Mist! Ich sag, ab der 70. Minute fangen die am Toro zu schießen hier! Die Spackos! Krödel hat da gepennen und lachen! Das ist nicht Glück, das ist Realismus! Krödel pennen! Krödel ist eigentlich ein ganz solider Spieler! Guck mal, da siehst du es! Genau so in Real! Und dann Lukimian auch! Genau so kenne ich ihn auch! Nein! Nein, da vertauschen wir es! Das ist eher bei Barca zu! Ich habe einen Doppelklauch! Zwei Dinger brauchen wir noch! Das ist uns! Was war das? Alter, wenn wir hier noch ein drittes kassieren! Nein! 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 Was ist denn da los? Was? Das war's beim Fußballspiel! Oh nein! Oh nein! Ihr habt es sich schon aufgegeben! Oh nein! Oh nein! Das ist so ungerecht! Oh nein! Was machen die da? Ich dachte, er wäre schon weg! Ich dachte, er spielt ihn durch die Stiftung! Ja, dachte ich auch! Oh nein! Und Wolf! Oh nein! Oh nein! Der hat einige Dinge geeinten! Aber... Oh nein! Oh, das ist so weh! Oh, Messie spielt auch mit wie man sich hier! pinned. Aber guck mal, dass war nur noch praktisch aus! Oh Mann! Er kommt zu der Eckfahne, und dann kommt ja fast! So macht man das! Aber das dich schon mit dir viel Dinger kassiert haben kannst! Da bin ich viel Dinger kassiert groß. Ich zeg. Ich bin der in der Brie. Ich wollte mit Basel oder? Ich wollte mit Basel oder? Ich wollte mal den Taktik wieder sehen. Hallo! Ja! Oh nein! Los! Mach hin! Nein! Geh hin! Was? Ja! Hallo! Der Mann durch und wieder! Das ist doch die größte Kürze, die das gibt! Das ist ein schönes taktisches Foul! Er war schon durch! Oh, lass mich hin! Letztes Mal, dass ich das tue! Letztes Mal! Ach, das Ding war schon voll entschied! Ich wollte es noch mal entspannen, aber... Ich spiele aus dem Wienerleuchchen da! Wienerleuchten? Wienerleuchten? Oh! Los! Mach zu! Spiel zu! Hinde! Das Mann! Spiel zu! Los! Oh! Wo ist denn hier meine Mitspieler? Los! Los! Mach den Bell! Bein ab! Ja! Yes! 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 Aber... Das war wirklich... Er war schon durch! Die vier Dinger... Das war... Das ist doch wirklich cool! Komm mal, ihr muss sehen, wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Das war einfach nichts! Das war keine Leistung! Das war ja echt bis aufs Tor! Das war das meiste Wuppermeldung! Das war ja! Das war ja... Das war ja... Das war ja... Das war ja...